Heute haben wir wieder mal ein neues Video, Versteck Folge Nummer 5. Heute werden wir da drüben irgendwo an dem Baum liegen. Die werden wir heute hier herholen, versuchen. Heute haben wir einen anderen Kameramann, drehen wir die Kamera um. Ja, der Luis hat jetzt auch wieder mal einen neuen Youtube-Kanal aus Latschi, das werde ich natürlich verlinken. Ich will heute natürlich auch wieder ein Video machen und natürlich auch beim Versteck. Schaut es nicht vorbei, weil es ist ja einfach das komplett gleiche wie bei mir. Ja, bis später dann. So, dann hat mein Vater auch noch zwei Bäume gefällt, die wir heute auch hier aufarbeiten. Da drüben kommt der Luis, der ist ein kleiner kleiner. Ja, dann den Baum ist er noch rumgetragen. Ja, dann bis später wahrscheinlich mal jetzt ein Zeitraum fahren. Der Luis kommt immer ein Herd im Hintergrund. Das schneide ich, weil Latschi schneidet das eine, gell? Das war's ja super. So, das war's dann, bis später. Ja. Das war's mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Ciao.